Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Heute mal wieder tatsächlich einen Tag verspätet, es tut mir sehr leid. Gestern war nämlich der Wings for Life Run und da war ich außer Haus und außerhalb aller Möglichkeiten irgendwas aufzuzeichnen. Warum das Ganze weniger spektakulär ist, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe und als ihr euch das jetzt vielleicht gerade vorstellt, das kann ich direkt sagen, denn ich war zwar dort, oder beziehungsweise ich war in der Nähe quasi, aber ich habe tatsächlich kurzfristig einen Tag vorher mir so wehgetan, also jetzt nicht langfristig wehgetan, sondern ich hätte mir so einfach einen Muskel beim blöd irgendwo hingehen gezerrt und deswegen war ich dann dort und konnte nicht teilnehmen und hatte viel Geld dafür ausgegeben, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es tut mir gar nicht so sehr weh, oder beziehungsweise, es tut mir nicht weh, aber natürlich ist es schade, dass ich jetzt nicht mitgelaufen bin, weil ich wollte unbedingt mitlaufen, ich bin extra dafür angereist, aber die 60 Euro Startgeld sind nicht weg in dem Sinne, sondern sie sind jetzt einfach in den Händen von Menschen, die das besser verwenden können als ich, nämlich in den Händen der Rückenmarksforschung, die sich ja sehr intensiv damit auseinandersetzen, dass man Menschen mit Querschnittslähmung auch wieder helfen kann. Ich selbst war mal ein Fall von einem sehr, sehr knappen und beschissenen, einer knappen Geschichte, bei der es tatsächlich darum ging, ob ich nicht tatsächlich querschnittsgelähmt sein werde, aber für mich ging es damals sehr, sehr gut aus und sehr glücklich und ich trage nur noch eine minimale Folge dessen von einer Halswirbelverschiebung jetzt eben mit mir herum, aber tatsächlich passierte mir nichts Schlimmeres und ich erkannte dadurch auch sehr gut, dass es sehr wichtig ist, in dieser Forschung wirklich viel Geld zu stecken und sie auch zusätzlich zu den Mitteln, die tatsächlich teilweise Firmen da reinstecken, auch selbst irgendwo aktiv zu sein und ich finde den Wings for Life Run dafür immer eine ganz, ganz gute Gelegenheit. Erstens mal, um auf das Thema groß aufmerksam zu machen und zweitens auch, um einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Wings for Life Foundation, die ja maßgeblich unter Red Bull läuft, die sagt ja auch selber, die 60 Euro, die man da bezahlt, was nicht wenig Geld ist, die fließen tatsächlich zu 100% in die Rückmerksforschung. Das Event selbst wird nur über Sponsoren finanziert und ich finde diesen Ansatz ganz cool. Ich unterstütze das jedes Jahr. In diesem Sinne muss ich sagen, finde ich es auch schade, dass ich nicht dabei war. Einige von euch waren dabei, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe Nachrichten bekommen und teilweise waren einige von euch ja auch recht fleißig. Andere haben auf jeden Fall auch mitgemacht und haben ihr ihr Bestes gegeben und ich finde genau darum geht es bei diesem Event. Für alle Leute, die den Wings for Life Run übrigens nicht kennen, muss ich an dieser Stelle vielleicht kurz erwähnen. Der Wings for Life Run ist nicht wie ein Lauf angelegt, bei dem man sich Halbmarathon, Marathon und Co. aussucht, sondern man sagt, man möchte eine gewisse Distanz schaffen. Dementsprechend wird man dann zu einem Startblock zugeteilt und da läuft man dann quasi los und nach einer gewissen Zeit fährt dann hinten nach ein Auto los mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit, die immer nach, ich glaube, allen, alle zwei, drei, vier, fünf Kilometer etwas höher wird. Also es fährt ganz, ganz langsam und holt dann quasi einfach eben die Leute ein und man läuft dann sozusagen dem Auto davon, dem Catcher Car. Und ja, irgendwann wird das Auto natürlich deutlich schneller als ein schneller Läufer und somit gibt es dann irgendwann auch einen, der als allerletztes in diesem Bewerb dann sozusagen übrig bleibt. Es gibt dafür dann mehrere Bewerbe auf der Welt, die alle gleichzeitig ausgetragen werden, was teilweise auch ganz absurde und lustige Bilder mit sich bringt. In Australien, glaube ich, da laufen sie dann nachts los und irgendwann um, weiß ich nicht, um Mitternacht oder um 23 Uhr oder sowas und mit den Stirnlampen und da wird dann quasi auch immer wieder mal gezeigt, Bilder aus der ganzen Welt gezeigt, wo andere gerade laufen. Und das ist einfach ein schönes Event. Es hat sich über die Jahre sehr cool entwickelt. Es ist teilweise auch natürlich eine Werbeschlacht. Also die Sponsoren, die da viel Geld dafür bezahlen, dass diese Dinge organisiert werden, die platzieren sich natürlich überall, wo es geht und man wird wirklich zugeballert mit Werbung. Deswegen, dieses Jahr war der Hauptsponsor Rauch und ich muss sagen, das ist eigentlich immer die beste Anti-Werbung für diese Firmen, weil man einfach so penetrant damit verprügelt wird mit den Werbebotschaften, dass man wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf diese Firma hat, wenn man mit dem Lauf fertig ist. Aber gut, sie finanzieren es. Insofern, schöne Sache. Naja, der Wings for Life Run, ich finde einmal im Jahr statt. Ich kann jedem nur empfehlen, auch allen Bergsteigern, auch allen Leuten, die sagen, boah, Laufen, hör endlich auf zu reden. Macht da jedenfalls gerne mal mit. Wie gesagt, er zahlt keinen Beitrag für das Event, sondern ihr zahlt einen Start-Nenngeld für die Rückenmarksforschung und kauft euch damit sozusagen dann ein Ticket. Das ist ziemlich cool gelöst. Ich finde es dann auch nicht ganz so ärgerlich, wie bei einem Marathon oder sonst was, dass ich dann irgendwie nicht teilnehmen kann, weil ich mich irgendwie verrissen habe, weil das Geld halt dann nicht einfach irgendeinem reichen Typen in den Hals geschmissen wurde und ich jetzt davon nichts habe, sondern in dem Fall halt einfach in die Forschung geht, wo vielleicht auch viele reiche Typen sitzen, aber die vor allen Dingen eben tatsächlich jedes Jahr dafür sorgen, dass Leute nach einer Querschnittslebung langsam einen Schritt vor den anderen setzen können, einen Fuß vor den anderen setzen können. Und ich finde teilweise die Bilder und die Dokus, die man darüber sich anschauen kann, so wahnsinnig beeindruckend, weil wenn man verstanden hat, was Querschnittslähmung ist und wieso man dann eigentlich nicht mehr gehen kann und wieso man sich nicht mehr bewegen kann teilweise, je nachdem, wo es die Lähmung gibt, ist es unfassbar, dass man es tatsächlich schafft, dass diese Menschen sich überhaupt noch irgendwie bewegen können und dass es da tatsächlich Fortschritte gibt. Ich finde das echt beeindruckend. Also ich empfehle jedem mal danach zu googeln, die sich nicht auskennen, wie eine Querschnittslähmung funktioniert, warum sie so eine Katastrophe ist und warum sie vor allen Dingen nicht einfach so mal schnell heilbar ist. Sie ist bis heute nicht gänzlich heilbar, aber die Fortschritte, die es auch durch die Wings for Life Foundation und das Forscherteam dahinter gab, die sind schon wirklich, wirklich beachtlich. Ohne dass ich jetzt hier irgendwie ein Loblied auf Red Bull oder die Organisation dahinter oder irgendwas anderes singen möchte, das ist eigentlich gar nicht so mein Ziel, sondern ich will eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass dieses Event ein bisschen mehr ist als einfach nur irgendeine stupide Laufveranstaltung, die ich persönlich ja wirklich nicht mag. Also so Vienna City Marathon, Berlin Marathon, das ist für mich alles da abzustempeln unter, ich zahle sehr viel Geld für irgendeinen reichen Hampelmann, der mir eine Straße absperrt. Das ist einfach so absurd. Und ja, das ist einfach überhaupt nicht meine Abteilung, aber der Wings for Life Run ist immer lustig. Der Spirit ist ein ganz anderer. Die Leute dort sind alle gut drauf und motiviert und nett und man hilft sich gegenseitig und es sind viele Rollstuhlfahrer dabei, viele querschnittsgelähmte Personen fahren mit, das ist erlaubt. Und das alles hat einen ganz anderen Spirit als so ein Wettkampfmarathon, wo halt quasi auch wirklich teilweise wirklich so Ego-Arschlöcher unterwegs sind, die einfach nur zwei Sekunden besser sein müssen als letztes Jahr. Hat auch seine Berechtigung, aber das ist halt nicht ganz mein Stil. So, das zur Ausrede. Jetzt habe ich sieben Minuten lang erklärt, warum ich den Podcast gestern nicht mehr hochladen konnte. Sehr gut, ich war ja leider nicht dabei. Das hat sich richtig gelohnt, dass ich den Podcast gestern nicht hochladen konnte. Aber jetzt ist er ja da. Er verzeiht mir sicherlich einmal auch wieder die Verspätung. Ich habe ja das Gefühl, das kennt man mittlerweile. Also, sprechen wir heute eigentlich über ein ganz, ganz anderes Thema in der Episode 64. Natürlich könnten wir jetzt noch länger über den Wings for Life Run sprechen, aber es ist der Alp-Cast, nicht der Run-Cast. Und deshalb sprechen wir heute über ein Bergsport-Thema, nämlich auch Kleidungsverhalten. Also, ich war ja jetzt neulich auf den Performance Days. Ich weiß, dieses Video ist sehr gemischt angekommen. Und ich weiß eigentlich, oder beziehungsweise meine erste Intention mit diesem Video war es, euch oder alle Menschen, die dieses Video eben erreicht, darauf aufmerksam zu machen, dass hinter so Produkten, die wir kaufen, Jacken, Hosen, T-Shirts, Schuhen, Eisgeräten, Geräten, allem Möglichen eigentlich, eine Firma steckt, die sich überlegt, wie so ein Prozess funktionieren könnte, wie so eine Entwicklung funktionieren könnte und das dann letztlich umsetzt und schaut, aus was für Materialien fertigen wir das und so weiter. Und das war eigentlich meiner Meinung nach ein erster guter Schritt, um aufmerksam zu machen. Ja, solche Messen gibt es. Es gibt Messen, wo sich die Industrie trifft. Es gibt eine Bühne im Prinzip für diesen Austausch zwischen der Industrie und sehr viele Zulieferer. Es wuselt sehr in dieser Branche. Es wird extrem viel Informationen ausgetauscht und sehr viel genetworked. Und das wollte ich jetzt in erster Linie mal zeigen. Aber heute möchte ich vor allen Dingen über das Thema Mode sprechen. Und ihr seht es ja auch in meinen Videos und generell. Also ich bin ja ein wahnsinnig modischer Typ. Ich lebe im Prinzip für Fashion, was viele ja gar nicht wissen. Ich bin nebenberuflich so ein Fashionista oder wie nennt man das? Egal. Ihr seht, ich kenne mich aus. Ich bin voll im Thema. Eigentlich möchte ich ja eher über das Thema Nachhaltigkeit sprechen bei Fashion. Denn ich möchte heute was erklären. Etwas, was vielen Menschen vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ich möchte heute mal so ein bisschen einen lehrreichen Podcast veranstalten. Sprechen wir über die Frage, wenn wir jetzt eine Firma hätten. Wir alle gemeinsam, wir machen jetzt eine Firma. Wir machen jetzt eine Firma für Jacken und T-Shirts. Alles bergsportbezogen, sodass wir wirklich in unserem Element sind. Wir alle gemeinsam machen das jetzt. Und wir nennen sie die XYZ und Co. KG. So, und die XYZ und Co. KG, die muss ich jetzt erstmal damit beschäftigen. Wir wollen ja nachhaltig werden. Wir wollen ja in Zukunft nicht mehr wie die größten Umweltschweine am Berg unterwegs sein. Deswegen überlegen wir uns, wie können wir das eigentlich machen. Also es gibt ja viele Optionen. Wir können ja in biologisches Polyester investieren, das auf Rohöl verzichtet. Dann können wir vielleicht recyceltes Polyester, recyceltes Nylon verwenden. Wir könnten vielleicht Rohstoffe wiederverwenden, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Pet-Flaschen beispielsweise und so weiter. Da gibt es ja viele Ideen und viele Konzepte. Bei vielem weiß man noch gar nicht, ob das so richtig gut funktioniert und so weiter. Und das können wir alles machen. Und die erste Feststellung, die wir machen werden, alle zusammen, ist, dass das unfassbar viel Geld kostet. Also diese nachhaltigen Produkte, diese ökologisch besseren Produkte, nicht unbedingt die besten, nicht unbedingt das, wo wir unbedingt hinwollen, sondern das, was wir jetzt gerade auch technisch maximal machen können, das ist wahnsinnig teuer im Vergleich zu dem Billigprodukt aus dem klassischen, was man halt schon seit tausend Jahren kennt. Einfach Polyester, Punkt. Oder Baumwolle, Punkt. Also sozusagen der simpelsten Umsetzung einer Idee. Die ist immer in der Regel sehr billig, weil schon ewig lang bekannt, weil wir natürlich auch sehr viel Ausbeutung dahinter stecken können. Also Baumwolle, da gibt es genug Ausbeutung. Da kann man viel in der Kostenspirale drücken und drehen. Und das ist so ein Kostenfaktor, den kann man sehr niedrig halten. Das ist selber bei Polyester. Man kann Polyester super günstig einkaufen. Die Arbeitsbedingungen, katastrophal. Teilweise wird da mit Kindern gearbeitet. Man kennt das ja auch vor allen Dingen aus der Schuhindustrie. Nicht unbedingt bei Bergschuhen, aber so in der Alltagsschuhindustrie und so. Da kennt man das alles. Ich muss euch da jetzt nicht erklären, wie schrecklich eigentlich die Textilindustrie ist, diese Katastrophe. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir wollen das alles ändern. Wir sind jetzt die Revolutionäre, wir sind die Pioniere auf einem neuen Gebiet. Wir wollen fair sein, ökologisch, sozial. All das wollen wir jetzt sein. Und plötzlich erkennen wir, das alles ist also schweineteuer. Naja, wie machen wir jetzt weiter? Okay, wir müssen jetzt einige Dinge einkalkulieren. Wir brauchen natürlich noch Experten, die uns beraten, wie die Jacke aussehen sollte. Und da brauchen wir dann so Color-Spezialisten. Da gibt es zum Beispiel so ganz intelligente Leute, wie die Nora Kühner, die auch auf den Performance Days war. Die kriegt sehr, sehr viel Geld dafür, dass sie einem erzählt, was die Farben im nächsten Jahr sein werden, die gut ausschauen, mit welchen Emotionen wir sie verbinden können. Also wir müssen so unfassbar intelligente Leute natürlich dann auch zu Rate ziehen, weil wir selber nicht wissen, welche Farben schön aussehen oder nicht. Das muss uns zuerst ein Experte sagen, ganz klar. Und genau da fangen wir jetzt eigentlich an, uns zu fragen, boah, okay, jetzt wird das Ding aber schon richtig, richtig teuer. Jetzt müssen wir uns überlegen, wollen wir eigentlich mit dem Ding noch richtig viel Geld auch verdienen? Weil jetzt schauen wir uns die Konkurrenzjacken an und dann sehen wir so, boah, 600% Marge. Also das kann ich jetzt hier mal an dieser Stelle auch ganz unironisch aus internen Dokumenten, die ich kenne, sagen. 250% Marge ist übrigens ganz, was ganz, was üblich ist. Gerade in der Textilindustrie, ich darf jetzt hier an dieser Stelle keine Marken nennen, aber ich weiß von Leuten, die einfach in dieser Industrie arbeiten, um was für Prozentsätze es hier geht. 250, 300%, ganz, ganz üblich. Da müsst ihr euch überhaupt nicht fragen, wohin das Geld bei einer teuren oder günstigen Jacke kommt. Es geht einfach nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil in Entwicklung und Produktion. Aber sei es drum. Ich möchte jetzt einfach mal darauf hinaus. Wir möchten jetzt natürlich nicht viel Marge machen, weil wir wissen, diese ganzen Produkte, die werden, also diese super ökologischen Produkte, die werden natürlich jetzt teuer sein. Also wir sehen das ja schon am Papier in unseren Kalkulationen. Das wird richtig, richtig teuer. Also weil wir viel an Truppen sind und weil wir ja die Welt wirklich besser machen wollen, entschließen wir uns jetzt also dazu, dass wir die Margen wirklich, wirklich niedrig halten, so dass wir gerade irgendwie davon leben können. Ich meine, wir sind ja 11.000 Leute, also die uns jetzt hier nicht zuhören, aber sagen wir mal einfach 11.000 Leute. Und diese 11.000 Leute, wir müssen ja irgendwie daran verdienen auch. So ein bisschen muss sich der Arbeitsaufwand ja auch wieder rechnen und so weiter. Und dann kommen wir aber immer noch drauf. Ach du Scheiße. Die Jacke wird ja immer noch tausende Euro kosten pro Stück. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir wollen ja an unseren Idealen festhalten. Wir wollen ja eigentlich super bio sein, super ökologisch, nachhaltig, recycelbar. Und wir möchten natürlich jeden Menschen, der in der Lieferkette ist, super fair bezahlen. Wir möchten nur Färbungen verwenden oder beziehungsweise Prozesse in der Färbung, wo die Mitarbeiter auch gut geschützt sind, wo es keine chemische Belastung gibt und so weiter. Also wir wollen alles perfekt abstimmen. Und jetzt kommen wir auf einmal drauf, dass alles wird viel zu, viel zu teuer. Und jetzt möchte ich euch auf diesen wahnsinnig interessanten Trugschluss hinführen, der bei super teuren Herstellern vorherrscht. Nämlich, dass diese teuren Preise, diese hohen Preise gleichzusetzen sind mit dem unfassbaren Produktionsaufwand. Das kommt gar nicht hin. Das kommt in dem Beispiel, das ich euch gerade genannt habe, bei unserer XYZ und Coca-G. Da kommt das hin. Das stimmt. Aber gleichzeitig, und das ist das perfide, wollen natürlich diese Firmen, dass wir alle selber auf diese Idee kommen, dass wir jetzt eine XYZ und Coca-G gründen oder uns vorstellen, eine zu gründen, damit wir besser nachvollziehen können, warum Preise so enorm hoch sind. Und dieses Ungleichgewicht, also diese offensichtliche, offenkundige Lüge, ist natürlich extrem. Also da brauchen wir gar nicht anfangen davon zu reden, was das für eine Kundenverharschung ist. Natürlich sind diese Preise, die man teilweise sieht, ich möchte nicht sagen alle, ich möchte sagen viele, sind natürlich einfach gewürfelt. Gewürfelt, weil Produktionskosten, Listenpreis, 300% drauf, das sind dann wir und das wird dann so verkauft. Da machen wir noch eine Website, da schreiben wir noch drauf, dass wir uns überall Mühe geben und fair und was weiß ich. Wir schreiben da keine Zahlen hin, natürlich nicht, wäre ja blöd, da können wir uns ja drauf festnageln. Aber wir schreiben hin, wir geben uns Mühe und das wird alles super und der hohe Preis liegt nur daran, weil wir halt qualitativ einfach Wahnsinn sind und so weiter. Und dann ist das alles gerechtfertigt und dann kauft das auch jeder. Diese Website hat wahrscheinlich eh ohnehin 10 Aufrufe pro Jahr. Insofern 9 davon, der eigene Marketingmanager, der sich auf die Schulter klopft. Also das ist eigentlich vernachlässigbar. Die meisten Leute kaufen es, weil sie dann von der Qualität des Produkts überzeugt sind. Und jetzt sollten wir aber nochmal zurückgehen zu unserer XYZ und Coca-G, denn wir müssen jetzt noch einen blöden Trugschluss aufklären. Wir müssen nämlich aufklären, dass unser tolles Produkt so gar nicht am Markt existieren kann, weil es zu teuer ist. Und ironischerweise ist diese Tatsache, dass wir es nicht geschafft haben, mit unserem Produkt genug Leute zu erreichen, die bereit wären, diesen Preis zu zahlen. Und wenn eine Jacke nochmal 30, 40 Prozent teurer ist als das aller, aller teuerste Modell am Markt, auch wenn es gleichwertig ist in der Qualität, dann sind die Menschen ironischerweise oftmals eben nicht bereit, das zu bezahlen. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz lustiger Trick von sehr vielen Firmen aus diversen Branchen, aus diversen Industrien, dass man ein Produkt rausbringt, was absurd teuer ist. Was so unfassbar teuer ist, dass es sich niemand kaufen würde. Dann suggeriert man nämlich mit einem günstigeren Produkt, welches auch noch absurd teuer ist, dass das sozusagen die günstigere Variante ist, die Einsteiger-Variante. Und da hat man dann diese Firmen, das ist ein sehr, sehr witziger kleiner Marketing-Trick, den ich an dieser Stelle nennen kann, dann haben diese Firmen oftmals viel mehr Zeit in den Verkauf von der günstigeren Ressource, aber auch in die Produktion von der günstigeren Ressource gesteckt, von dem günstigeren Produkt und verwenden das teurere Produkt, das aufwendige, ekelhaft, zündhaft teure Produkt nur dafür, um eine Argumentation für das günstigere Produkt zu schaffen. Das funktioniert relativ gut und deswegen machen das Firmen auch. Es gibt bei jedem Autokonzern im Prinzip ein Auto, das absolut schräg teuer ist und im Prinzip rechtfertigt das oder normalisiert das meistens andere sehr, sehr hohe Preise. Also an die Leute aus dem Marketingstudium, die jetzt sagen können, wie dieses Prinzip heißt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Das hat irgendeinen Namen, auf den ich jetzt nicht komme. Aber jedenfalls möchte ich damit auf was anderes raus. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt dieses eine tolle Produkt, ökologisch nachhaltig, blabliblub, haben wir alles geklärt und kommen jetzt drauf, ach du Scheiße, das bezahlt ja niemand. Das kauft ja niemand. Niemand kennt uns. Und damit geraten wir eigentlich in die Frage, was machen wir jetzt mit unserem tollen philanthropischen Projekt, das so gut angefangen hat und das so gut gemeint war. Naja, wir müssen irgendwie günstiger werden. An unseren eigenen Margen können wir eigentlich nicht mehr schrauben. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wo wir im Produktionsprozess einsparen können. Und jetzt, jetzt wird es gefährlich. Denn jetzt müssen wir uns die Frage stellen, werden wir eigentlich in den Produktionsbedingungen schlechter oder in dem eigenen Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Ökologie herzustellen. Das müssen wir uns jetzt fragen, denn an der Marge können wir nichts mehr schrauben. Wir verdienen eh schon nichts mehr an dieser Jacke oder an dieser Hose oder an diesem T-Shirt. Und jetzt müssen wir uns fragen, naja, aber wo sollen wir jetzt noch die Abstriche machen? Und dann passiert es oft, das kommt dann eben darauf an, was die Firmenleitung unter Anführungszeichen beschließt, dass an den Menschenrechten gespart wird. Und hier müssen wir jetzt offiziell die Modewelt und die Fashionwelt verlassen und müssen uns über Arbeitsbedingungen unterhalten. Es war mir vor einiger Zeit schon mal ein Anliegen, darüber zu sprechen. Jetzt ist es meiner Meinung nach noch aktueller und noch konkreter. Wenn Menschen für uns in Bangladesch beispielsweise, aber auch in Vietnam oder in China, Kleidung anfertigen, dann tun sie das meistens in grauenhaften, unter grauenhaften Umständen zu grauenhaften Arbeitsbedingungen. Sie werden teilweise gar nicht bezahlt, sie sind teilweise versklavt, sie sind teilweise Kinder und sie werden teilweise auch nur so schlecht bezahlt, dass sie gar nicht vernünftig arbeiten können. Teilweise schlafen diese Menschen in Sammelunterkünften, in Betongebäuden, ohne Fenster, ohne alles, aufeinander gestapelt, damit sie am nächsten Tag wieder in die Fabrik gehen können und dort wieder 14 bis 20 Stunden am Stück arbeiten können, ohne echte Pause. Die Menschen arbeiten mit sehr giftigen Chemikalien, um beispielsweise die Textilien zu färben, um beispielsweise die Textilien nochmal zu behandeln. Diese Färbemittel, die haben wir uns selbst ausgesucht. Wir haben uns selber überlegt, wir wollen doch bitte schick sein, wir wollen doch bitte cool aussehen, wenn wir auf den Berg gehen oder wenn wir durch die Stadt gehen oder im urbanen Leben den Alltag bestreiten. Da sollten wir schon schick sein. Aber schick sein hat übrigens seinen Preis. Hat das sich eigentlich schon mal jemand überlegt, dass Menschen sterben, weil sie mit giftigen Chemikalien zum Färben von Textilien in Berührung kommen? Oder glauben wir wirklich, dass immer noch nur ökologische und wahnsinnig gesunde Färbemittel eingesetzt werden, um Textilien blau, grün oder rosa zu machen? Glauben wir das immer noch oder wollen wir das eigentlich nur glauben, weil wir ja doch so viel besser sind als die Menschen, die wirklich die ganz, ganz schlimme Mode bei Primark und Co. kaufen? Ja, denn der Preis, ja der trügt nämlich. Denn der Preis gibt vor, dass wir hohe Qualität kaufen. Aber in Wirklichkeit läuft das bei Luxus auch nicht so. Wir sollten uns vielleicht einreden oder was heißt einreden? Zumindest bewusst machen, dass die Outdoor-Industrie, gerade was den Textilsektor betrifft, gar nicht anders funktioniert als die Luxus-Textilindustrie, als die High Fashion, als die Fast Fashion-Industrie. Sie funktionieren alle gleich, denn sie funktionieren in den gleichen Fabriken, sie funktionieren mit den gleichen Mechanismen und mit dem gleichen Marketing. Manche Firmen in der Outdoor-Industrie und beim Outdoor-Textilhersteller, manche Firmen arbeiten ja vielleicht eher mit dem Marketing, dass sie günstig sein wollen. Andere arbeiten mit dem Marketing, dass sie High Quality sein wollen. Andere arbeiten mit dem Merkmal, dass sie vielleicht sich für Profis gut eignen und super für gewisse Bergsportdisziplinen, Hochtouren und Co. geeignet sind. Aber die Produktionsbedingungen dahinter, die werden im Outdoor-Bereich und in der Bergsportbranche so wenig hinterfragt, wie in fast keiner Branche. Ich möchte heute in dieser Stelle ganz klar darauf aufmerksam machen. Wir sind dafür verantwortlich, direkt und indirekt, wie Menschen behandelt werden in anderen Ländern. Wir sind indirekt dafür verantwortlich, wie es den Menschen dort geht. Und ich lade jeden Menschen mal dazu ein, einen Urlaub in Bangladesch oder in Thailand zu machen und nicht an die Touristenorte zu gehen, sondern in die Kleidungsproduktionsstätten. Denn die sind offen. Man darf einfach hineingehen. Niemand hat dort irgendetwas zu verstecken. Die Fabriken laden einen gerne dazu ein, dass man sich die Umstände ansieht. Denn guess what? Diese Menschen und selbst die Produktionsleiter sind nicht glücklich über den Zustand, den ihre Produktionshallen haben. Aber sie bekommen keine besseren Preise. Denn dann würden die 300% Marge ja einfach nur so dahin schmelzen. Unsere Jacke von XYZ und Co. KG, die ist deshalb so teuer, weil sie einfach nur kostenreal ist. Das, was diese Jacke wirklich kostet, das, was die Menschen dahinter mit ihrer Arbeit leisten, um diese Jacke herzustellen. Das wird gerade so mit dieser Jacke entlohnt. Und deshalb kostet diese Jacke jetzt einfach 1000 Euro. Doch niemand von uns ist bereit, sie zu bezahlen. Natürlich nicht. Denn wir mussten uns von Burberry die neuen Anzugsschuhe kaufen und von Louis Vuitton die Handtasche. Denn da wissen wir, da steckt Qualität drin. Obwohl dasselbe Produktionslager, dieselbe Produktionsstätte wie unser Jackenhersteller, zu dem wir ja eigentlich nicht gehen wollten, mit unserer Idee produziert. Das ist doch absurd, dass wir glauben, dass die 5000 Euro Handtasche viel besser produziert wurde und qualitativ viel hochwertiger ist als die 1000 Euro Jacke. Und die 700 Euro Jacke, die, die heute das Maß aller Dinge darstellt, wenn es um den höchstmöglichen Preis in der Outdoor-Industrie geht, ja die, die kann doch gar nicht schlecht sein, oder? Die muss doch perfekt sein. Sie kann doch eigentlich gar nicht unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt worden sein. Sie kann doch überhaupt nicht zu einem Sklavenlohn oder zu einem Hungerlohn produziert worden sein. Es kann doch gar nicht sein, dass giftige Chemikalien genutzt wurden, um diese Jacke zu färben und dabei Menschen schwer krank wurden. Es kann doch gar nicht sein, dass bei der Produktion dieser Jacke so viel Müll entstand, der nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, sondern einfach in Thailand auf großen Mülldeponien liegen bleibt. Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja eine 700 Euro Jacke. Aber 1000? 1000 würde ich nicht bezahlen. Und 700 ist auch teuer. Da kaufe ich mir dann doch lieber die 500 Euro Jacke. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir zahlen niemals für die Qualität eines Produkts. Wir zahlen für das Marketing. Wir zahlen für das Design. Wir zahlen für das alles. Aber warum zahlen wir eigentlich nicht für Qualität? Warum machen wir uns nicht einmal bewusst, dass Qualität auch Geld kosten darf? Denn nicht nur die Qualität, die wir haben, weil wir einen guten Reißverschluss haben oder weil die Jacke sehr atmungsaktiv ist und trotzdem sehr wasserdicht. Ich rede nicht von dieser Qualität. Ich rede von der Lebensqualität, die die Menschen, die diese Jacken herstellen, eigentlich haben durch die Tatsache, dass sie uns Jacken zur Verfügung stellen. Diese Qualität meine ich. Über diese Qualität möchte ich sprechen, auch mit euch sprechen. Ich möchte wissen, warum es eigentlich auch viele von euch, auch mich ganz, ganz lange Zeit, eigentlich überhaupt nicht gestört hat, dass die Menschen in Bangladesch für 12 Euro im Monat Jacken produzieren, die für 400 Euro in Europa verkauft werden. Das liegt nicht an den hohen Zöllen. Das liegt übrigens auch nicht daran, dass diese Menschen irgendwie besonders viel und besonders reichhaltig zu essen bekommen in ihrem Beruf. Oder dass sie möglichst lange Urlaub nehmen können. Es liegt übrigens auch nicht an der wahnsinnig komplexen Materialherstellung. Denn 100% Polyester ist ungefähr so leicht zu produzieren wie, ja, nein, lassen wir das lieber. Und über diese Qualität möchte ich mit euch sprechen. Und über diese Qualität möchte ich vor allen Dingen, dass möglichst viele Menschen nachdenken. Ihr seht, dieses Thema ist ernst. Aber wisst ihr auch, warum es ernst ist? Es ist ernst, weil Menschen jeden Tag dafür aufstehen, und zwar nicht freiwillig, dass wir in den großen Handelsketten Sportartikel kaufen können. Und natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, aber dieses Problem gibt es auch bei der High Fashion und das Problem gibt es auch bei Fast Fashion und bei der Alltagsbekleidung und bei Badehosen. Natürlich gibt das dieses Problem bei all diesen anderen Industrien auch. Aber wir können uns doch nicht auf die anderen ausreden. Wir müssen selbst tätig werden. Wir müssen selbst die XYZ und CoKG eröffnen und den Leuten zeigen, das kann so doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch nicht so dermaßen auf Menschenrechte scheißen. Auf Lebens, auf das Recht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Denn natürlich will uns die Industrie oder wollen uns Firmen einreden, dass das alles gut läuft und vor allen Dingen wollen sie uns sehr geschickt an diesen Phänomenen vorbeiführen. Aber ich will genau das Gegenteil. Ich will, dass wir darüber reden, dass ein Mensch wie du und ich auf der anderen Seite der Welt ausgebeutet wird dafür, dass wir uns die neueste XYZ-Marke, egal, möchte ich jetzt nicht irgendwelche speziellen, spezifischen Marken nennen, diese tollen, teuren Jacken tragen dürfen. Es geht auch nicht um Preisrealität. Das müssen wir endlich lernen. Das müssen wir endlich kapieren. Es gibt keine Preisrealität oder es gibt keine Kostenrealität bei diesen ganzen Textilprodukten in der Outdoor-Branche. Warum wurden, mal ganz praktisch gefragt, warum wurden Rucksäcke, warum wurden Jacken eigentlich in den letzten zwei bis drei Jahren um 20 bis 30% teurer oder noch mehr? Verdienen die Menschen in Bangladesch jetzt 20 und 30% mehr als vorher? Haben die plötzlich eine Gewerkschaft gegründet und fragen jetzt mal nach echtem Lohn? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die Unterdrückung funktioniert genauso wie vor drei Jahren. Aber man testet eben einfach, wie viel Marge man den Menschen eigentlich abknöpfen kann und sich trotzdem niemand darüber Gedanken macht, ob diese ganzen Preiserhöhungen in dieser Branche mit diesen gewaltigen Sprüngen eigentlich dort ankommen, wo sie erwirtschaftet werden, nämlich in Bangladesch, Vietnam und Thailand und China. Würde es eigentlich irgendjemanden interessieren, wenn in Xinjiang, wo jetzt für Firmen aus der Autoindustrie Konzentrationslager gebaut wurden, eigentlich auch einfach unsere Jacken produziert werden, die wir kaufen, jetzt wo die Hochtourensaison bald wieder startet und wir uns für die Hochtourensaison fit machen wollen? Würde das irgendjemanden interessieren? Würde sich irgendjemand schlecht fühlen? Höchstens, höchstens, allerhöchstens, bis man beim Geschäft draußen ist. Denn dann hat man ja eine coole neue Jacke. Bergheil.